Meghan Markle bereitet Berichten zufolge ein Fotoshooting mit ihren Kindern, Prinz Archie und Prinzessin Lilibet, vor, um ein positives und zugängliches Image zu schaffen. Die Herzogin von Sussex ist in Gesprächen mit Fotografen für ein Fotoshooting, das Momente ihrer Familie einfangen soll. Nach der Krebsdiagnose von Kate Middleton wurde bekannt, dass Meghan Markle die Veröffentlichung neuer Familienfotos, auf denen auch Prinz Archie und Prinzessin Lilibet zu sehen sind, verschieben wird. Es scheint unwahrscheinlich, dass Meghan nach der Bekanntgabe von Katis Krebserkrankung Fotos von den Kindern oder ein Familienporträt veröffentlichen wird, sagte PR-Expertin Linne Kerret zu dieser Situation. Linne schlug auch ein paar andere Termine für die Veröffentlichung der Bilder vor, wie den Muttertag im Mai oder Harrys 40. Geburtstag im September, der mit einem Familienfoto gefeiert werden könnte. Die Absicht von Meghan Markle, mit ihrem bevorstehenden Fotoshooting ein zugängliches und verständliches Bild zu zeigen, spiegelt ihren Wunsch wider, mit der Öffentlichkeit in Kontakt zu treten und ein positives Bild ihrer Familie zu präsentieren. In Anbetracht der Umstände, die Kate Middletons Gesundheit betreffen, wird eine Verzögerung der Veröffentlichung dieser Fotos jedoch als angemessener erachtet, um ihr in dieser Zeit Respekt und Unterstützung zukommen zu lassen. Meghan Markle zeigte kürzlich eine rührende Geste der Unterstützung für Kate Middleton, bei der Krebs diagnostiziert wurde. Es wurde berichtet, dass Meghan beschlossen hat, ein großes Fotoshooting, das sie mit einem Topfotografen für ihre Familie, einschließlich ihrer Kinder, organisiert hatte, nicht zu veröffentlichen. Laut Lynn Kerret, Expertin für Öffentlichkeitsarbeit, ist Meghans Entscheidung, die Fotos zu diesem Zeitpunkt nicht zu veröffentlichen, wahrscheinlich auf die jüngsten Nachrichten von Kate zurückzuführen. Am vergangenen Freitag teilte Kate Middleton Neuigkeiten über ihren Gesundheitszustand mit und gab bekannt, dass Tests nach einer Bauchoperation im Januar eine Krebsdiagnose bestätigten. Prinz Harry und Meghan sprachen Kate daraufhin ihre besten Wünsche aus. Der königliche Schriftsteller Richard Eden merkte außerdem an, dass die Sussexes zu dieser Zeit in Kontakt mit Prinz William und Kate standen. Lynn Kerret schlug vor, dass Meghan die Veröffentlichung des Familienfotoshootings bis zum Muttertag im Mai oder Harrys 40. Geburtstag im September verschieben könnte, um diese Ereignisse zu feiern. Kerret betonte, dass Meghan sich und Harry auf eine positive und zugängliche Weise darstellen wolle. Was die Art des Fotoshootings anbelangt, so erklärte Kerret, dass Meghan ein positives Bild ihrer Familie zeigen und mit ihren Anhängern in den sozialen Medien in Kontakt treten wollte, indem sie über deren Leben berichtete. Es wurde auch berichtet, dass Harry und Meghan sowie der Rest der Welt durch öffentliche Bekanntmachungen von Katis Diagnose erfahren haben.